So, jetzt mal hier im Fullscreen von Rekordbox 3.0. Den kann man natürlich weiterhin nutzen. Müsst ihr einfach nur oben auf betrachten und dann auf Fullscreen gehen. So, ich habe hier Browser-Ansicht angeschaltet und habe es natürlich auch angekündigt. Es gibt ein Video über das Thema, wie bringe ich meine Musik auf den USB-Stick drauf. Das ist ganz wichtig jetzt vor dem Wochenende und ich habe hier auch schon mal ein paar Tracks vorbereitet. Das ist von meinem letzten Gig und die möchte ich jetzt einfach auf meinen USB-Stick bringen. Da habe ich natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann einmal hingehen und kann die einzelnen Tracks hinzufügen, also exportieren hier und auf Rekordbox 3, das ist der USB-Stick, so hatte ich den jetzt einfach mal benannt, draufschieben. Oder ich kann hingehen und kann sagen, ich möchte aber die komplette Wiedergabeliste da drauf haben und das möchte ich natürlich auch haben. Und dann klicke ich einfach einmal hier drauf und schon, seht man hier unten, wird exportiert 5%. Und das ist natürlich eine Sache, die gefällt mir ganz gut. Vorher war das so, da hattest du in der Mitte ein Fensterchen, das dir anzeigt, dass jetzt gerade die Tracks exportiert werden auf den USB-Stick. Und ja, währenddessen war nichts mehr mit Weiterarbeiten. Das heißt, jetzt exportiert der schon diese Liste und ich kann hier ganz gemütlicher weiterarbeiten. Kann jetzt hier noch auf Dancing House gehen oder kann auf irgendwas anderes gehen und könnte das dann natürlich auch noch exportieren. Das möchte ich jetzt aber mal nicht machen, eine Wiedergabeliste reicht ja, um das zu zeigen. Wenn ich den Bereich Wiedergabelisten hier jetzt minimiere, also habt ihr gesehen, ich klicke hier einmal drauf und dann ist das klein. Dann habe ich hier einmal den Explocher, das haben wir ja in der Vorschau schon gesehen. Und den Bereich Geräte, wo wir jetzt den USB-Stick Rekordbox 3 sehen. Da wird natürlich auch aktuell gerade synchronisiert. Und habe hier einmal meine Einstellungen, die er auf den USB-Stick mit drauflädt, so wie das vorher auch war mit den Einstellungen für den CDJ. Habe hier Farbkommentare, dazu gibt es noch ein extra Tutorial in Zukunft. Dann habe ich die Möglichkeit natürlich das Element, das neben dem Tracknamen im CDJ angezeigt wird, zu benennen. Also ich habe das bisher jetzt noch nicht benutzt, ja. Könnte man aber natürlich mal machen. Dann Sortierungen für die einzelnen Kategorien, könnt ihr hier noch machen. Das ist eigentlich alles gleich geblieben. Was ein bisschen neu ist, ist, dass der Bereich fehlt mit dem automatischen Synchronisieren von Wiedergabelisten. Also den habe ich jetzt hier vergeblich irgendwie gesucht. Keine Ahnung warum. Naja, vielleicht finde ich das noch. Das war es eigentlich schon. Jetzt ist das Ganze auf dem USB-Stick drauf und jetzt ist nur noch wichtig, dass ich hier auf Entfernen klicke. Und man muss auch sagen, das Ganze hat jetzt wirklich ratzfatz funktioniert. Also das geht wesentlich schneller, als das mit Rekordbox 2.xy möglich war. Tracksinn ist auf meinem USB-Stick drauf und ich könnte jetzt quasi loslegen. Gut, ja, schnelles, kurzes, prägnantes Tutorial, vielsagend und hoffentlich alles erklärt, was ihr wissen müsst. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es mir immer in die Kommentare. Ich werde sie gerne beantworten und bis dahin sage ich einfach mal Ciao und Bye Bye.